Wieso fucking normal steht das immer, wenn ich anfange? Okay, guter Start. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Irgendwann ist ja Part. Wir haben vorher gerade gespeichert und ich habe irgendwas cooles kennengelernt. Ich weiß nicht mehr wie es geht. Ah ja. Okay, gut. Sonst bin ich zu fest abgelenkt und kann nie wieder etwas machen. Okay. Ich muss kurz die Map anschauen. Wir sind hier unten. Da hinten, also da. Hier unten. So geht das weg. Also hier unten die WCs. Da ist sicher nichts drin. Ich schau mal im nächsten Raum. Und dann hier, wenn ich draußen bin, gehe ich sofort nach vorne. Ja, das müsste so hinkommen. Also welchen Weg gehe ich jetzt wieder? Links. Vier Türen prüfen. Und dann raus. Rechts. Gut. Ja. Okay. Das pack ich. Gut. Das pack ich nicht perd結果 . Das pack ich nicht. Genau richtig. Falsch. Bin ich richtig, wie weit falsch? Okay, ich glaube eher weniger, dass hier irgendwas isst. Entschuldigung! Okay, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht schön. Ich bin nicht gut. Okay, das ist klar. Oh nein, fuck. Das ist balls. Oh, das ist wirklich schön. Pistro. Es ist kein Wasser, aber es ist kein Wasser. Oh, boah. Ich habe gesehen, sie hat hier irgendwas angeglotzt. Was steht hier? Achtung, scheinen Sie sich nicht aus, wenn sie so Raum verlassen. So will sie sich nicht, wenn das nicht ausgeschaltet wird. Nein! Hätte ich es nicht gedacht. Schöne Handschalt. Das finde ich, äh, ja. Hm? Es ist das, was ich denke, was es ist. Ja, es ist das, was ich denke, was es ist. Ähm, F oder L. Ja, 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 ja. Ich habe meine Taschenlappe, aber ich mache trotzdem das Licht an. Ja, gut. Das ist mir ein bisschen... Geheurer. What the hell, was da... Oh. Erschreck mich nicht so, du blöde Kuh. Okay, was kommt jetzt? Jetzt gehe ich raus... ...rechts... ...also, raus rechts ins nächste Klo. Ich muss nämlich dringend Pipi. Also, Heather muss dringend Pipi. Ich dachte nicht, dass das wirklich geht. Das wird jetzt so voll groß angezeigt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer man kann irgendwas kombinieren. Habe ich denn... Nein, ich habe gar nichts in meinem Inventar mehr. Ich sehe da irgendwas. Klopf mal an. Mädel. Das ist tatsächlich jemand drin. Ähm... Ja, es ist jemand drin, schreit nicht um Hilfe. Wundert sich mir auch nicht, wieso die... Okay, die Toiletten sind in der Öffentlichkeit wirklich manchmal so. Und zwar genau so. Was war das? Es ist mit Blut getränkt, aber es ist niemand hier... Hat jemand geantwortet, oder bin ich das nur? Okay... A little bit strange. Aber nur ein bisschen. Ich habe eigentlich voll Schiss vor den Monstern, aber... Mit meiner Garn ist alles geregelt. Dem Pfeffer ich was auf dem Kopf. Und dann leben sie nicht mehr so gut. Also was... Wohin? Wie? Ich weiß nicht mehr, wo das... Wie das... Wer das geht. Wer das geht. Ha, irgendwo geht's... Links... Links oben. Denk ich. Sollte ich mal gehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Okay... Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Es ist vollkommen... Oh, aber... Okay... Okay... Oh, aber... Oh, aber... Oh, aber... Das war sehr knapp. Sind wir hier nicht schon mal gewesen? Kommt mir nur so vor. Äh... Aha, das ist ein Kleiderbügel. Ich dachte, das sei irgendein... Irgendein... Denn der Locking ist doch wieder eine Kugelsichtere... What the fuck? Ah ja, die Kugelsichtere Weste. Mit der ist man besser gepanzert, aber kann langsamer rennen. Blau. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. What the hell? Ah... Ich pack' das. Ja, und man sieht keine Monster. Es ist all schön. Wow. What the... Leave me alone! I'm great. I think. Wait, what the hell? Do you want to die? What the hell? My door is broken! Was war eigentlich das? Gott. Erschreck mich dich, ihr... Erschreck mich dich nicht so. Logisch! Ah ja, wartet schnell. D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ich soll deinen Speicherpunkt suchen. Ah, jetzt weiß ich wohin. Ich denke... ich weiß das nicht was so gut informiert okay das das lighter what the don't scare me girl i don't know what for time is it what for time ah we have um just an hour no 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 that's false ehm jetzt jetzt kommt wieder der Russe in mir hervor ehm aha oh oh jetzt könntest du bitte mal ein bisschen spulen bitte bitte ja egal ob das immer und wissen überziehen um das hier überziehen wir so kannst du das hier nicht benutzen lüge mich nicht an girl oder es ist hier oder es ist hier ah es ist hier 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 das leitet dann gleich wieder mein Handy mein ach so geiles Handy ich stelle es jetzt schon ab ja wow so so jetzt mach ich dir noch und dann oben speichel ich eh schiebst du dir das in die Furze rein oder was läuft ja das war ja so klar dass du das nicht erreichen kannst ah oh alter ok mit der Pistole würde ich auch machen warte warte im jalo i don't like you i'm going to speichern mein schluss mal ja nächstes mal wieder mein schluss mal ja nächstes mal wieder ich hatte ihn erst ja nein schon zweimal ja bitte überschreiben ok tschüssikowski tschüssikowski